Werden die Dschungelstars vom Psychodruck nach dem Camp kaputt gemacht? Wer mutig Känguruhoden runterwirkt, der kann vom Z-Promi in die, na sagen wir mal B-Liga aufsteigen. Es gibt aber auch tragische Gegenbeispiele. Marco Angelini rastet im RTL-Studio aus, Rigette Nielsen erleidet einen Alkoholrückfall und Silva Gonzalez landet sogar in der Psychiatrie. Wieso drehen nur so viele ab? Ex-Camper Rocco Stark sucht nach einer Erklärung. Bei uns in der Staffel hatten sowieso alle einen Knall, von daher gesehen war es nicht so schlimm. Nein, aber ich glaube, dass das prinzipiell jedem selbst überlassen ist. So eine Aufmerksamkeit auf einmal ist aber, glaube ich, allgemein nicht ganz so einfach zu bewältigen. Also wie jetzt, entweder man hat vorher schon einen Knall oder bekommt dann im Camp einen? Es wäre ein Missverständnis, ich glaube, eine Tune macht uns allen Leuten jetzt plötzlich irre. In der Regel kommen auffällige Leute, verhaltensauffällige Leute schon in den Dschungel, sehr viele, damit ein bisschen Pepp reinkommt. Und wenn die dann frustriert sind, weil der Erfolg ausbleibt, weil der Erfolg nicht so groß ist wie gehofft, dann flippen sie dann hinterher nochmal deutlicher aus. Puh, die härteste Dschungelprüfung wartet also wirklich nach dem Camp auf die Stars. Wie die Mutter, so die Tochter. Das hier ist nicht etwa die kleine Suri Cruise, sondern ein Kinderfoto ihrer prominenten Mama. Da ist die VIP-Lady gerade mal süße sieben Jahre alt, genauso alt wie ihr Töchterchen heute. Die Augen, das Stupsnäschen und dasselbe Lächeln. Der Apfel fällt wirklich nicht weit vom Promi-Baum. Ob Suri wohl auch beruflich in Mamas Fußstapfen treten wird? Die richtigen Gene für eine Hollywood-Karriere hat sie jedenfalls. Von wegen Traummann. Bachelor Christian scheint sich mit der Kuppelshow nicht nur Freunde zu machen. Die Kandidatinnen Lisa und Anna führen gemeinsam einen Block, auf dem sie mächtig vom Leder ziehen. Hauptthema natürlich die Herren der Schöpfung. Und wir werden den Eindruck nicht los, dass auch Herr Tef sein Fett wegbekommt. Kostprobe gefällig? Wir beide hatten und haben ein großes Herz für abgefuckte Junggesellen. Es geht hier nicht um Rache. Äh, ja, nee, ist klar. Ob TV-Junggeselle Christian wohl mit Schuld am Männerfrust hat? Anna fliegt schon in der zweiten Sendung. Lisa ist noch unter den letzten sieben. Heute Abend gehen nochmal drei. Sieht so aus, als hätte Lisa keine guten Chancen auf die letzte Rose. Ja, diesen Körper zieren tatsächlich rund 20 Tattoos. Die meisten versteckt Doreen Steinert ganz bewusst. Muss ja schließlich nicht jeder sehen. Für uns lüftet sie trotzdem eines ihrer wichtigsten Tattoo-Geheimnisse. Das hat mein Papa auch geschrieben. Weil ich konnte immer nicht Krümel sagen und hab immer Trümel gesagt. Und dann hat er mich immer so genannt. Und dann hat er das da. Der wird jetzt auch richtig krass feiern, dass ich das wirklich im TV sage. Aber jetzt ist es raus. So, jetzt muss ich mich dafür auch nicht mehr schämen. Ich bin der Trümel. Och, dafür musst du dich auch echt nicht schämen, Doreen. Und dann ist es, dass ich mich für dich auch nicht schämen. Und dann ist es, dass ich mich für dich auch nicht schämen. Und dann ist es, dass ich mich für dich auch nicht schämen. Und dann ist es, dass ich mich für dich auch nicht schämen. Und dann ist es, dass ich mich für dich auch nicht schämen. Und dann ist es, dass ich mich für dich auch nicht schämen. Und dann ist es, dass ich mich für dich auch nicht schämen. Und dann ist es, dass ich mich für dich auch nicht schämen. Vielen Dank.